Also langsam reicht es mir aber mit dem Opi. Also langsam reicht es mir aber mit dem Opi. Was ist das? Höch! Höch! Ich brauche ihn hier drüben. Stopp! Okay. Es ist eine Leiche oder es lebt noch. War eine Ratte? Sag das doch gleich, dass der Opi... Die Opi kommt durch den Schlitz. Die Opi kommt durch den Schlitz. Was ist das hier? Okay, das ist wieder so ein Rennding. Dieser Opa. Ich weiß nie, was der macht als nächstes. Äh, das war blöd. Das ist ein blöder Safe Point. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Muss ich das dort rausziehen? Wie komme ich denn jetzt dort oben durch? Das ist ein Blödsinn. Selbst dort hochkommt der? Moment mal. Ich glaube, ich muss das Ding hier in der Mitte rausziehen, oder? Das ist eine Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Wie geht es? Okay, ich muss zumindest das Ding in der Mitte kaputt machen, aber... Ah, er hat mich berührt. Vor allem, sein Arm wird immer länger. So, Obi! Errungenschaft freigeschaltet, das Versteck. Sind wir den Opi jetzt los? Opa ist tot, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall seine Arme eingequetscht. Das hat er aber auch nicht anders verdient. Aber ich habe zumindest eine Errungenschaft freigeschaltet. Deswegen, ich habe Hoffnung, dass wir vielleicht im Opi los sind. Okay. Ich habe verstanden. Ich muss mich, glaube ich, an so einen Haken hängen. Opa ist Arme sind jetzt so lang wie seine Beine. Wenn sie abgetrennt sind, dann ja. Hier steht ihm recht... Ja, der war echt nervig. Ich habe dem nichts getan. Aber wir haben immer noch mit seinen Leichen zu tun. Was ist da oben? Ist das ein Koch? Was ist da oben? Oh. Jetzt bekommen wir was mit dem Koch zu tun. Befürchte ich. Und wir haben Hunger. Ich bin noch gespannt, was das wird, Susi. Oh nein, wir müssen sie retten. Oh nein, wir müssen sie retten. Kann ich sie nicht retten? Kann ich sie nicht retten? Ich komme doch hier auch nicht mehr hoch. Da oben rechts saß gerade irgendwas auf dem... Da saß was. Warum haben wir die Ratte gefressen? Ich dachte, wir befreien die Ratte und nehmen uns den Käse vielleicht. Der dort und so. Om nom nom. Ich weiß ja nicht, Beermut. yermmi. Yamiy. Yamiy yummiy. Ich wollte doch nicht die Ratte fressen. Das Spiel dachte sich so, doch. Ich wollte doch nicht die Ratte fressen. Ich bin definitiv in der Küche gelandet. Es gibt aber auch Kartoffeln, es gibt Karotte, es gibt Zwiebel, es gibt Bohne, es gibt noch mehr Zwiebel und Knoblauch, Radieschen. Ist das eine vegetarische Küche? Ich glaube, das ist eine vegetarische Küche. Ich glaube, das ist eine vegetarische Küche. Alles gut, Amelia. Warum ist der jetzt auf mich aufmerksam geworden? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ob ich wo festgesteckt habe? Naja, ich habe ein bisschen gebraucht bei der Fernsehaufgabe. Aber... Ich habe es rausgefunden, wie es ging. Das war jetzt nicht absichtlich. Das wusste ich nicht. Was? Das finde ich... Iiii, in den Fisch. Das finde ich unfair. Ich habe... Ich renne dann einfach durch. Das wäre jetzt echt doof, irgendwie. Ich habe nichts gemacht. Ich habe dort gehockt. Ich habe dort gehockt. Okay, ich muss warten, bis der schneidet. Dann kann ich los. Koch ist noch gruseliger als der Opa. Ich finde ihn ein bisschen ekliger. Gruselig weiß ich noch nicht. Ein bisschen eklig. Vielleicht ist es auch eine Sie. Meinst du, ekliger? Ja, der ist ein bisschen... Kann er jetzt mal anfangen zu schneiden? Ich glaube, ich kann nur unentdeckt hier lang, wenn der sein Fleisch schneidet. Ich warte, bis er wieder schneidet. Sicher. Ja. Ja. Ich habe nur vier Finger. Ich warte, bis er noch mal rüber... Ich warte, bis er noch mal rüber... ...schnaufen. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Das ist ja jetzt doof. Wo bekomme ich den Schlüssel her? Wo ist denn der Schlüssel? Hat der den Schlüssel bei sich? Ich habe den Schlüssel verpasst, irgendwo. Stimmt schon vorne im... In der Speisekammer, oder? Bestimmt ist dort schon der Schlüssel irgendwo. Schlüssel? 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 Wo sind der Schlüssel? Seht ihr irgendwo den Schlüssel-Chat? Seht ihr den wirklich bei sich irgendwo dran? Seht ihr den Schlüssel? Er hat den Schlüssel nicht bei sich. Seht ihr den Schlüssel? Seht ihr den Schlüssel? Hä? Ich sehe nirgendwo einen Schlüssel. Seht ihr den Schlüssel? Seht ihr den Schlüssel? Seht ihr den Schlüssel? Was ist an der Tür? Was ist an der Tür? Das heißt, ich brauche doch einen Schlüssel. Weiter habe ich noch nicht geguckt. Ich bin davon ausgegangen, dass ich hier irgendwo einen Schlüssel finde. Für die Tür. Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Ich bin davon aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Lass mich raten, hier ist der Schlüssel drin Nein Kein Schlüssel drin Okay, geh mal hier lang Noch keinen Schlüssel gebraucht Okay Okay, ich dachte, ich muss mit deinem Schlüssel Da unten durch Gut Falsch gedacht Oh nein Ich hätte dem Männle folgen sollen Okay, nochmal Okay Okay, ich muss erst hinter Irgend den Schlüssel holen wahrscheinlich Und dann hier runterfahren So, der Plan War es einfach nochmal War ja nicht so schwer Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020